Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich möchte euch eigentlich nur schnell um etwas bitten. Ich habe eine Umfrage erstellt, die könnt ihr völlig anonym behandeln, ihr müsst auch keine persönlichen Daten oder irgendwas angeben. Die dient wirklich nur dazu, euch besser kennenzulernen, zu erfahren, welche Themen euch wirklich interessiert, was euch auf der Seele brennt, weil ich diesen Kanal einfach so gestalten möchte, dass er natürlich mir gefällt, aber dass es auch euch was bringt, dass wir das Ganze hier, diese ganze Reise auch zusammen erleben können, dass wir hier was zusammen erreichen, dass wir zusammen wachsen können, zusammen an uns arbeiten können und deswegen wäre es super hilfreich, wenn ihr diese Umfrage ausfüllen könntet und damit ihr das nicht umsonst tut, machen wir da ein Gewinnspiel draus. Ich werde dann unter allen, die an dieser Umfrage teilnehmen, ein Mama Wellness Überraschungspaket verlosen. Das bekommt dann die Gewinnerin zugeschickt. Die Umfrage ist hier unter dem Video verlinkt, die ist auch bei Instagram und bei Facebook verlinkt, also wo auch immer ihr teilnehmen wollt und ich gebe dann einfach nach einem Zeitraum von zwei Wochen die Gewinnerin bekannt. Das werde ich hier in einem Vlog vielleicht machen oder in einem Livestream auf Instagram und Facebook natürlich und ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch mitmachen und ich bin super gespannt auf eure Antworten und jetzt schon mal vielen, vielen Dank und viel Glück bei der Verlosung und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!